Moin Leute, was geht? Mein Name ist SuperGames.com auf der Playstation 3 und herzlich willkommen und willkommen zu einem neuen Freundes-PSN-Freundeslisten-Video. Ich bin ja der YouTuber auf YouTube weltweit auf der PS3 mit den meisten Playstation-PSN-Freundeslisten-Video. Ich habe sogar Freundeslisten-Videos gemacht, also wo ich meine PSN-Freundesliste gezeigt habe. Da hatte ich noch eine Kamera, da war ich noch ganz frisch in der Ausbildung, jetzt bin ich schon längst ausgelernt. Aber schauen wir uns einfach mal diese ganzen Schienen Gamertags an. Ich glaube sogar, ein YouTuber Denosch war dabei, der hatte damals noch den YouTube-Kanal Midnight Hunter. Es ist einfach krass, wie sich YouTube entwickelt hat. YouTube hat sich in meinen Augen, also ich spreche jetzt hier gerade über YouTube, wenn wir hier gerade so bei YouTube sind, hat sich zu einer riesigen Geldquelle entwickelt. Es geht in meinen Augen gar nicht mehr so um dieses YouTuber, verstehst du, was ich meine? Also dieses Spaß-YouTuber sagen, ja man, ich mache aus Spaß diese ganze Sache, sondern heute geht es nur noch um das, ja, also nicht überall, aber bei vielen großen YouTubern einfach nur noch um das Geld. Da wird das Ding vermarktet, ey, guck mal meine T-Shirt an, könnt ihr gerne mal bestellen. Oder das hier, oder hier, oder da, oder da wird man noch mit Abonnieren vollgepumpt und so und so. Ich meine, das hat doch nichts mehr mit YouTube zu tun, das hat einfach nur was mit Geld verdienen zu tun. Und das ist einfach mal so ein Schritt, wo man sagt, gut, das muss nicht sein. Ne, ich habe ja nichts gegen Werbung auf YouTube, es soll jeder Werbung schalten, wie er möchte. Ich schalte auch ein bisschen Werbung. Aber, ähm, wenn man dann noch anfängt hier mit, ähm, mit was weiß ich, ne, hier mit, boah, ey, das gibt's auch gar nicht, ey. Okay, mach mal noch ein kleines Display draus, ähm, wenn jetzt noch Leute anfangen, ihre T-Shirts dafür zu verkaufen, ihr Parfüm und was weiß ich, und ihre neue Modelinie, also, hört doch mal auf, ihr verdient doch schon genug mit AdSense. Und ich weiß, was ihr verdient, und das ist doch schon genug, dann müsst ihr doch nicht noch mehr verdienen und, äh, in euren Videos, äh, eure scheiß Produkte verkaufen. Das geht nicht, was ist denn das? Ist das hier Teleshopping? Das ist nicht Teleshopping, YouTube. Ähm, also, ich würde mit meinen Abonnenten niemals umgehen. Ich würde niemals sagen, hey, kauft jetzt hier mein Parfüm, das, der junge Zockerparfüm, ihr müsst das kaufen, sonst seid ihr nicht cool. Würde ich niemals machen, könnte ich nicht machen. Ne, ich mach doch nicht alles kaputt hier. Scheißgeld. Naja, jetzt sind wir gerade in GDA 5. So, GDA 5 sind wir jetzt. PSN-Freundeslisten-Video ist vorbei. Und da werde ich wieder gerammt. Hammer! Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Ah! Das ist so ein Glücksgefühl, Alter, wenn ich GDA zock. Was macht denn der? Alter, was macht der? Moin, Moin, Moin! Ja! Das war auf jeden Fall mal ein kleines PSN-Freundeslisten-Video. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao! Das war ganz schön knapp. Rang erhöht. Jetzt bin ich endlich Soldat. Huuuuh! Yes! Also, bis dann. Ciao! Ciao! Ciao!